Einen wunderschönen Dienstagmorgen. Es ist das Beste, was ich machen konnte, hierher zu kommen zum Fasten. Und zwar, alles was geschlossen hat, hat hier ein Glück auf, weil die das hier so gut machen. Das ist der absolute Hammer, wie die das hier hinkriegen. Ich bin hier völlig alleine in dieser wahnsinnig riesigen Turnhalle. Wir haben hier eben gerade rückenfit gemacht und man sieht, also wirklich, da ist eine Matte, da hinten ist eine Matte, hier ist noch eine Matte. Und da kommt schon keine mehr. Wir sind ganz weit auseinander. Es sind immer nur acht Leute in diesem riesigen Raum. Das ist richtig toll. Ich komme hier nach wie vor vor, als ob ich hier fast alleine bin auf diesem Schloss, weil die das so toll hier durchorganisiert haben. Ich bin total fasziniert. Schwimmen kann man hier, man kann hier Tollgymnastik machen. Das ist großartig. Also ich bin amused, ich bin begeistert. Das ist bis als Urlaub machen, wirklich. Weil wie will man zurzeit richtig Urlaub machen? Na gut, man kann an einige Länder, aber ich habe schon wieder gehört, das kann mir mal jemand sagen. Stimmt das? Sollen die Flughäfen auch schon wieder geschlossen werden? Das hat man mir schon wieder hier so gezwitschert. Das wäre ja die absolute Katastrophe. Na gut, also ich kann euch jedem empfehlen, geh einfach jetzt in dieser Zeit in eine Klinik. Vor allen Dingen das Schöne ist, sprich vorher mal mit deiner Krankenkasse. Manche Krankenkassen zahlen oder zahlen zumindest Zuschüsse dazu, um so etwas hier zu machen, so eine Fastenkur. Also ich wünsche was und derjenige, der sich noch nicht angemeldet hat, also wenn du das bist für Samstag, ich bereite gerade meinen Live-Zoom-Call vor, wo ich ganz, ganz viel ganz tolle Sachen erzähle. Da hast du bestimmt auch was davon. Meld dich an, unten ist der Bewerbungslink, Bewerbungslink, der Bestätigungslink, wie heißt denn das? Zugangslink wollte ich sagen. Und ich wünsche einen schönen Tag. Bis denn. Tschüss. Tschüss.